So, heute ist wenig los, ha? Heute schlafen alle. Darkspiel ist nicht da, X-Rack ist nicht da, Fion war glaub ich auch nicht da. Alle schlafen. Daher müsst ihr doch Black Desert spielen. Oh, der gute Mann verkauft Suppen und Gewürze. Oh Mann, da habe ich jetzt eine Quest bekommen, dass ich kaputte Flaschen angeln muss. Na, viel Spaß. Das ist ja krass. In dem Moment, wo du startest mit Aufnehmen, wird es immer schlimmer mit Lag. Oh, ich habe Quests. Guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel wieder Quests mit EP. Im Gasthaus gibt es irgendwie so Quests. Ja, wo du immer diesen Wielerstein mit XP dabei stehen hast, ne? Ja, und da gibt es immer 50er Quests. Ich habe jetzt zwei 50er Quests. Ah, oh. Hier in der neuen Stadt. Warte, zweimal 50 irgendwie jetzt, glaube ich, oder? Ist das auch eine 50er? Ja, das ist auch eine 50er. Genau, da gibt es dann auch EP dazu. Die gibt es im Gasthaus anscheinend. So Grind-Quests. Ich muss jetzt gleich nochmal zurückgehen. Ich habe jetzt fast den Viertelruf schon mal voll. Immerhin. Wow, ich habe 34 Skillpunkte. Ich sollte mal welche ausgeben, wa? Wie viel hast du? 34? Wow. Was war das denn jetzt, ne? Ja, wobei ich gestehen muss, dass ich unten, glaube ich, immer... Ich weiß, ich glaube, das ist Crit ist das, was ich da skille die ganze Zeit. Muss ich gestehen, ich skimme fast nur passiv, weil das mit dem Crit ist nämlich übst imbar. Also ich habe mir versucht, die unteren Reihen da zu übersetzen, aber bei mir schwuckt der da bei allen nur scheiße aus. Also ich habe keine Ahnung, was da für was ist, leider. Was ist mit der Art? Also ich glaube, die sind bei fast... Also das eine ist bei Crit, was etwas länger ist, wo zwei Zeilen sind. Das ist, glaube ich, bei jedem und das andere weiß ich nicht, was das ist. Ich glaube, Attack Power oder so. Aber du hast ja auch so eine Art Attack Power. Ne, das will ich nicht. Was ist denn das? Das ist ein Charge. Charge will ich auch nicht. Greifen will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Es gibt noch Kack-Skills. Was ist denn das hier? WTF, Shift, W. Leertaste und Linksklick. Okay. Das sieht witzig aus. Das ist die Se***. Das ist wichtig. Äh. Da ist die Se***. Was ist das, wenn ich dein, was auch nicht, wenn ich mich auf den Markt habe? LOL, wie fett Auch wenn der Skillübis schwer ist Durch den Pinken, aber Woh, fett Schmeißt du dich dann voll in die Fresse Quasi einfach Voller Woh Charge So Interesting Skills Wie sie sehen, geht nichts Da habe ich vorhin einen gesehen, der hatte entweder ein seltenes Pferd Oder das war schon gezüchtet Das war ein schwarz-weiß gepunktetes Das sah sehr cool aus Der war der Einzige, den ich bis jetzt mit so einem Pferd gesehen habe Alle anderen haben immer nur dieses Standard-Pferd Aber der hat ein echt seltenes gehabt Oh Gott, die 0,55-Quest, wenn ich die schon sehe, ne? Aber die geben verdammt Verdammt Philippe, weil Grinspiel Ah, ich wurde dem Sklavenmeister vorgestellt Ja, genau Der hat 3000 Gold für mich und zwei Sklaven Das ist doch schon was Tolles Und natürlich hat er noch eine Quest für mich Wie soll es auch anders sein? So, dann tun wir die doch mal ins Lager Im Übrigen habe ich mein Haus verloren Ich weiß nicht wieso, aber ich habe mein Haus verloren Das ist weg Es war alles in der Bank drin heute Da bin ich schon gewundert WTF, seit wann habe ich Hausengegenstände in meiner Bank? Ich weiß nicht, ob man dann sein Konto quasi aufgefüllt haben muss Ich glaube, meine Quest-Icons sind verbuggt Ich hätte schon Bock, Heidel City anzugreifen Aber da kriege ich so auf die Fresse, wenn ich da den Wachen zu nahe komme Aber wenigstens warnen die dich vorher Achtung, Sperrgebiet Ich frage mich ja auch, ob die Gilde sich denn unbeliebt macht Bei der Stadt Weil du nimmst ja im Endeffekt der Stadt die Burg weg Das ist so, ob die sich die wiederholen kann, die Stadt Hast du auf einmal nachts von der Stadt angegriffen, wie sie dich auseinandernehmen? So, dann machen wir endlich mal Level 19, ne? Irgendwie zieht sich das mittlerweile ganz schön Das ist so, ob die Stadt angegriffen, wie sie sich in der Stadt angegriffen Das ist so, ob die Stadt angegriffen, wie sie sich in der Stadt angegriffen Oh, ein anderer mit einer BD-Nummer Yay! Wie tefft, das ist ein Fettsack, cool! Was, 26 bis 27? Was, setzen wir uns doch nachher dann mal glatt Das ist das Wochenende, ne? Vielleicht ist ja offen, komplett Vielleicht haben sie gerade angekündigt Ich könnte natürlich auch einfach alternativ mal eine tolle Gilde fragen Was ist der 27? Das weiß ich ja eben nicht Wir haben nur 26 und 27 geschrieben Ich denke, dass er mit Leck zu spielen hat schon irgendwas, keine Ahnung Das ist halt wirklich witzig, dass deine Energie teilweise nicht runtergeht Okay, setz dich doch mal lauchst Ich denke, was solltest du auch die schöne Das ist der 27,4% Ich denke, wenn ich jetzt hier eine Gerät Ich denke, was solltest du nicht erinnerst Dann geht es etwas vor, wenn du nicht erst dann Ich denke, dass die Stadt nicht nur vielleicht Ich denke, dass du nicht erinnert Ich denke, dass du nicht erinnert Dass du nicht erinnert Wie hätte dir das Kräuterkunde-Video gestern gefallen? Das war doch toll, oder? Ja, sehr geil. Zack kommt der Todesritter von oben. Sehr geil, diese Cardboard-Animation. Sehr geil. Muss doch so schumpen sein. Jaaaay, Stufe 19. Noch ein Level. Da kann ich mir in Pferd-Zähm gehen. Wir sollten uns in Kamel-Zähm gehen, Darknois. Ich glaube, dann sind auch unsere Accounts weg. Wenn wir auf einmal mit dem Kamel hier rumreiten. Ich finde das einfach cool, dass ein normales Pferd in der Wüste einfach stirbt. Das ist sehr cool. Meine! Meine! Weg da! Weg da! Geh weg! Meine Mobs! Ich glaube, Crit-Chance-Skillen war eine der besten Sachen, die ich je gemacht habe. Weil immer wenn da Critical dasteht, sind die Mobs immer so schnell tot auf einmal. Weil die Crit-Chance-Skillen hier ziemlich krass zu sein in dem Spiel. Das ist super geil, wie das Blut hier einfach, ne? Wenn jemanden angreißt, die das Blut einfach alles besudelt. Wenn jemand angreißt, die das Blut einfach alles besudelt. ohnehin. Ich bin wirklich ein bisschen mehr auf einmal. Ich geh mal mit dem Spiel. Ich glaube, jetzt muss ich das wieder eine andere. Ich hoffe, es wird ein bisschen weggekommen. Ich habe das gewonnen. Ich habe das gewonnen. Ich habe das Gefühl. Ich habe das gewonnen. Oh man, ich muss dir das hinwerfen nachher unbedingt mal zeigen, das sieht voll witzig aus. Auch cool, dass du nicht wirklich Back-Attacks hinbekommst. Bist du jetzt eigentlich schon drin, ja ne? Ja, ich muss dir das hinwerfen, aber ich muss dir das hinwerfen. Na komm mit, stopp halt. Na komm, stopp halt. Hm, warum sind die Fässer alle so blau? Nein, die Torg-Points sind voll, shit. Stopp. 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 So, wie viele müssen wir denn noch abschlachten? 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 Oh mein Gott, ein Eselmörder! Der wird schon bald von den Wachen verprügelt! Hm, sie haben die Regeneffekte wieder runtergestellt! So, wie viele müssen wir denn noch abschlachten? So, wie viele müssen wir denn noch abschlachten? Wow, ist das geil aus. Yay, Bohren zur Mittagsstunde. So gehört sich das. So, was brauchen wir denn? Du hast die freie Auswahl, das ist toll. 9 bis 12. 19 bis das. Das. Das, das. Aber wir haben ja noch drei Leute, drei Leute. Den will ich nicht. Nehmen wir noch den. Mal den. Versuchen wir unser Glück, wann? Oh, man, noch so viel Ruf. Yay, es funktioniert. 121. 171. Go, go, go. 240. Los geht's weiter. Oh, 300. Sehr schön. Yes. Müssten 41 oder 42 sein. Ja, 42 Punkte. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So, und für alle, die es interessiert, hier oben steht immer das Ziel, was man erreichen muss. Was auch immer das jetzt heißt. Und hier sind ungefähr immer die Punkte, die man bekommt. Okay, und ich habe keine Ahnung, was da oben steht. Ja. So, und ich habe die Punkte, die da oben steht. Und ich habe die Punkte, die wir auch mit dem Motivär Yorker Aww... бh. So, und ich habe die Punkte, die du nicht erinnerst. So, ich mache das beat. Und ich habe das, was, was manierst. Und ich habe das, was manierst. Und ich habe das, was deshalb, was manierst. So, dann machen wir noch... Ah, scheiße, den wartet man nicht. Den, den. Probieren wir auch mal an, so ein Glück. Hm. Schade. Ich glaube nämlich, das heißt, wir müssen fehlschlagen, aber anscheinend haben wir alle richtig gemacht, das heißt, wir werden jetzt vermutlich keine Rufpunkte kriegen. Oh, oh, doch. Einer unfreundlich. Ha, Ziel erreicht, so ein Glück aber auch. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Vielen Dank.